Ich kann nichts essen! Was kann ich nicht? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich kann nichts essen! Warte! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Was? 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 Oh fuck! Oh fuck! Ich war in der falschen Sicht. So war kackig. Ja, nur noch vier Herzen. Ja hier. Ich war in dieser Ansicht, wo mein Herz... Der hat mich fast getötet. Der hat mich fast getötet. Der hat mich fast getötet. Wo ist denn der... Ach von hier unten, Leute. Ich bin fast gestorben gerade. Wahrscheinlich. Okay, Anmoderation, Markus. Okay, warte, warte, warte. Jetzt ist er in der Aufnahme bei mir. Ja, wir sind eh in der Aufnahme bei mir. Ja, wir sind eh in der Aufnahme bei mir. Ja, gerne. Herzlich willkommen! Wir sind jetzt bei... Michael Sterben! Folge 4! Und das heißt, weil in der letzten Folge niemand gestorben ist, haben wir noch die gleichen Bestrafungen, die ihr hier nochmal sehen könnt, schön eingeblendet. Und... Bar hat in der letzten Folge etwas gefunden. Und wir haben jetzt unter dem Text eine Höhle gefunden. Zumindest glaube ich, dass ich eine Höhle gefunden habe. Und da... Wann haben wir jetzt hin? Und jetzt ist am Ende einfach gar nichts. Ist voll wasted. Aber so ein Loch oder so. Ja. Fünf oder so. Okay, warte, Leute. Ich habe ein Eisenschwert. Aber ich... Stehe in Stand drin. Ist doof. Ich dachte, du wolltest eine Eisen-Pickaxe bauen. Hat Bardo abgebaut. Und wir haben alle schicke Helme. Oder Hüte. Was man es nennt. Ja, wir sind safe. Immer einen Helm tragen, wenn ihr in die Höhle reingeht. Genau. Jetzt geht es gleich links. Links? Okay, warte. Na, am Ende geht es irgendwann links. Waren das schon Gegner oder dann gehe ich mal vor mit dem Ding? Weiß ich nicht. Möglich. Weil ich bin ja gut im PPP. Ah, wir können ja blocken in dem Spiel. Stimmt ja. Kann man echt gegen Monster blocken? Wenn wir blocken machen, die Creeper... Oh, Leute, ihr habt Eisen übersehen. Ihr habt Eisen übersehen. Echt? Wo? Sag mal, wo Eisen wie Eisen aussieht. Es ist so pink. Mit ein paar Punkten drauf. Kann sein, dass ich Eisen nicht sehe mit meinen... Mit meinen... Gibt es irgendwelche Eislöwungen? Options? Äh, du hast das Default-Texture-Pack, ne? Ja, das sieht man. Dann ist Eisen mit so kleinen Striche sind das. So kleine, pinke Striche. Ah, nicht in mich reinlaufen. Ihr habt Shader-Packs, ne? Ne, ich hab keins. Ne, Texture-Packs. Ich hab gar nichts. Hier ist Eisen. Bado, Bado. Hier ist Eisen. Ach, das ist Eisen. Okay, ich mach mal ein bisschen Licht hier unten. Oh, Leute, hier geht's richtig tief runter. Alter, folgt mir mal. Boah, wir haben aber gute Eisen. Wo bist du lang? Leute, ihr müsst dem Licht folgen. Hier hinten ist ein Creeper. Einer. Mach's bei den Dingern auf, ne? Das ist Insta-Kill-Wertig. Wow! Okay. Der hat dich erwischt, oder? Ne, bisschen. Alter, hier unten ist was. Hier ist ein Dungeon. Klingt so. Hier ist ein Dungeon. Alter, wir werden diese Folge sterben. Wir werden diese Folge sterben. Alter, fuck ich jetzt richtig tief runter, Leute. Wir haben nicht mal Rüstung, Mann. Guck unsere scheiß Rüstung. Egal, Yolo! Der ist aus Leder! Oh, Skelett, Skelett, Skelett. Besser als mein Fahrradhelm, Mann. Skelett, Skelett, Skelett. Oh, fuck! Markus, weg, 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 weg da, weg da! Hör mal auf. Chill mal deine Base, Junge. Okay, Leute. Ich würde sagen, ihr baut ab. Was ist dieses weiße Zeug? Ihr baut ab, ich clear. Was ist dieses weiße Zeug? Hier sind Pilze für eine Suppe. Ist gut. Mal gucken, was das ist. Pilzfahren bauen wir auch noch irgendwo, ne? Hier sind Pilze. Okay, warte. Einfach alles mitnehmen. Okay, jetzt noch tiefer runter. Hier ist Eisen. Komm mal her. Oh, da steht ein Zauberer. Hier unten ist Labor. Leute, die geht jetzt richtig tief runter. Zauberer? Nein. Mit einem verdammten Hut. Das ist ein Zaubererhut. Wollen sie ihn holen? Wo, wo, wo? Dahinten. Ich trau mich nicht wirklich dahin zu gehen. Das ist ein Skelett, aber pass auf. Das ist ein Zauberer. Ich seh den nicht. Vorhin weiß ich noch nicht eingestürt. You wizard Harrymutter. Seit wann gibt es in Minecraft Zauberer? Gibt's, aber... Fuck, ich... Wer geht hin? Nein, ich geh nicht hin. Ich auch nicht, fuck. Ich werd keinen Senfglafen auf. Warte, gehst du hin? Ich seh den nicht. Ja. Ach komm, der ist doch direkt da vorne jetzt. Ich seh den nicht. Fünf Glöcke weiter. RENN! RENN! Der bewirft mich. Rückzug! Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Die Vergiftung, die Vergiftung. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Alter, wie viel Schaden das macht. Nein, ich will nicht sterben. Ich kann nix essen. Ich kann nix essen. Ich kann nix essen. Ich weiß es nicht. Ich kann nix essen. Hallo! Ich weiß es nicht. Die ist weg. Nein, die ist nicht weg. Die hört ihr auf. Isst was? Ich kann nix essen. Ich hab drei Herzen. Oh, ich hab zweieinhalb. Geht da nicht hin. Geht da nicht hin. Da ist ins Gelände. Da ist ins Gelände. Nein. Nein. Ein halbes. Ich hab ein halbes Scherz. Oh. Oh, es hat aufgehört. Es hat aufgehört. Es hat mich auf drei Herzen runtergehauen. Ich hab ein halbes Scherz gehabt. Alter. Ich hab schon Angst gehabt. Ich hab schon Angst gehabt. Oh, es weiß ich auch. Ich hab vollkommen sehen. Du bist tot. Ich hab ihn gekillt. Oh, danke, Mann. Okay, wir gucken jetzt, was da ist. Wie regeneriert man mehr Leben? Das ist ein Zauberer in Minecraft gibt. Cool Story. Der hat uns fast getötet. Das war ein Gegner. Oh, das ist nett. Okay, aufpassen. Ja, wir spielen auf hart, Leute. Jeder Gegner ist hier ein kack Gegner. Wir sind fast an so einen scheiß Zauberer gestorben. Wir haben einen Rückzug gemacht. Wir haben einen Rückzug gegen eine einzelne Einheit gemacht. Kriegst du hin? Okay, gut. Ja, ja. Da hinten ist noch ein Zauberer. Geht da bitte nicht hin. Nein. 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 Hier gibt es echt viel. Lass uns ein bisschen abbauen hier. Lass uns links lang gehen. Ja, da unten ist Lava. Hier ist Eisen. Hier ist Eisen. Sammeln das mal ein. Warte, und damit das hier sicher ist. Oh, hier ist richtig viel Eisen, Leute. So. Zauberer, freie Zone. Oh, what the fuck? Wie viel Kram hier drin ist. Ey, lass uns schon eine Eisenrüstung bauen oder so. Leute, guck dich. Nein, lass mal noch ein bisschen botteln. Ey, lass uns wenigstens eine Eisenrüstung bauen. Leute, Leute, kommt mal hierher. Hier ist eine riesige Höhle mit sauviel Kram drin. Guck mal, wie viel Eisen hier ist. Ich hab Grundszen gehört. Ja, das ist rechts neben dir. Wenn ein bisschen weiter runter geht, ist eine riesige Höhle. Hier drin. Guck mal. Jo, hier ist echt viel Stuff. Alter, ist hier viel. Guck dir mal und baut Fackeln, damit es kein nix hinter uns braucht. Hä, oder ist das gar kein Eisen? Ich weiß noch nicht. Doch, das mit dem pinken Kram noch ist. Leute, hier ist ein riesiger Lavasee. Hier ist Diamonds! Diamonds? Ja, Diamonds! Wir haben keine Eisenhacke. Oh, und noch haben wir. Ich hab gerade eine gebaut. Ja, okay, das war jetzt gefährlich. Weil hier ist... Okay, über uns ist noch mal Lava, glaube ich. Weil hier ist über den schwarzen Stein. Der rechts ist so eine Höhle. Da sind extrem viele Monster hohe. Ich weiß. Links. Warte, 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 warte. Okay, Leute, jetzt kommt ihr her. Jetzt wird's echt schwer. Da unten ist Lava bis dazu. Da hinten links. Siehst du's? Oh ja, ich seh's. Okay, okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Also Lava ist der Hauptgrund Nummer eins zum Sternen. Shift. Shift drücken. Okay, warte, 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 warte. Ich baue hier langsam Weg lang. Aber nicht rennen oder so. Okay, hier können wir gleich runterfahren. Wir haben hier's gefunden, man. Awesome. Ah! Licht. Oh, Stan, man. Okay. Ich will langsam weg. Ich mach hier bisschen Licht. Alter, hier ist so viel Kram. Hier ist Lapislazuli. Da ist Diamonds auf hier sogar. Und baut fucking das. Und überall Redstone. Oh, so Premium, Alter. Alter, ist das geil. Und bevor ihr Diamond abbaut, mach die Lava weg. Nicht, dass das in die Lava reinfällt. Ja, aber ich mach Dreck drunter, warte. Dreck oder? Aber das hier, bevor ich stehe, sind Diamonds, oder? Ich mach euch überall ein bisschen Dreck hier, damit wir nicht... Wir sind Idioten. Wir fallen drunter. Das sind auch Diamonds. Das sind auch Diamonds, ja. Vier Dias haben wir gefunden. Alter, mit vier Dias können wir hier eine Spitzhocke bauen. Mehr, mehr! Das ist noch dahinter. Vorsicht. Aber wenn ich abbau nicht, dass das in die Lava reinfällt, ne? Ja, ja. Ich mach überall... Ich hab ein Diamond bekommen. Danke. Diamonds! Hast du ihn bekommen? Ja. Ach, ich mach jetzt noch den nächsten. Weil ich mach noch ein bisschen Licht hin. So. Alter, wie viele Dias. Das ist geil. Wie viele Dias wir haben? Was für ein Anfänger? Leute, hier ist so viel Redstone und Eisen. Alter, was für ein Lack hier haben. Also Eisen unbedingt mitnehmen für Rüstung. Alles mitnehmen. Hier unten ist Wasser. Hier ist eine Höhle mit Wasser. Und hier ist ein Gegner. Oh fuck. Oh fuck. Nein. Okay, okay, ich will... Kriegst du den? Nee, ich will eigentlich nicht hin. Jetzt aber. Jetzt aber. Hast du den? Hast du, okay. Das ist noch einer. In der Ecke. Alter, wir sind fast gestorben in dieser Folge. Ein Zauberer. Das ist bis jetzt die beste Folge. Zauberer hab ich Respekt. Ja, die sind krass. Ich hab eigentlich am meisten Angst vor den Bogenschützen. Und irgendwann in der nächsten Folge hol ich mir auch mal ein Pack, weil das ist sonst ein bisschen traurig. Ich baue mal das Eisen ab, okay? Weil ich hab einen Steinschlitzhack. Was ist das Rote? Äh, Redstone. Dann kannst du elektronische Sachen bauen. Aber Redstone brauch ich auch eine Eisen-Pickaxe, ne? Okay, Max, wer... Max, ich geb dir mal meine Dias. Dann hast du die safe. Nein, nein, nein. Verteil die. Wenn einer stirbt, nicht, dass alles weg ist. Ja, ja. Gib Sandy, gib Sandy. Weil ich hab ne... Ich hab ein Eisenschwert. Was? Ich wurde getroffen. Von wo? Von wo? Ich hol den, ich hol den. Hä, von wo? Ach, warte! Wer greift den an, wer greift den an, wer greift den an! Wo kommt der hin? Wo kommt der her? Von da rechts irgendwo, passt aber auf. Ja, aber... Ach so, hier ist ne Höhle. Fuck! Warte, ich mach hier mal kurz zu. So. Ich hab noch mehr Dias gefunden! Was?! WTF?! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Hier ist noch mehr! Ja, erstmal unten drunter abbauen, ja. Was?! Warum ist das so groß hier?! Alter, warte, 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 warte. Hier haben noch mal viele Dias wir hier gefunden haben. Wie viele Dias haben wir hier gefunden? Fünf? Warte, hier könnte es immer noch mehr sein. 6, 7, 8, 9?! Acht, glaub ich. Ich hab zwei. Du hast... Ich baue ab. Oh no 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 no! No 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 no. Lava, Lava, Lava! Lava, 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 Lava! Ja, ja, ja. Achtung! Moment, Moment! Nicht abbauen, nicht abbauen! Nicht, dass da drunter auch Lava ist. Ist es ja. Na ja, ist gut. Okay, safe. Safe. Okay, ich habe vier hier, Mann. Baut alles ab, baut alles ab! Redstone, Eisen ... Redstone, musst du, Martin Bartho. Ja, ich, ne. Was du denn jetzt? Keine Ahnung. Okay, ich laufe Mist rum. Ich habe zwei Dears. Ich habe fünf. Oh, was ist wenn er da war? Abstand, Abstand. Du hast fünf, dann verteilen wir ein bisschen. Okay, warte. Wählt noch ein Dears. Wie viel Stuff wir gefunden haben? Und ich bin zu doof. Spar die Eisenpickachs. Die Eisenpickachs nur für Diamanten und Redstone nehmen. Und das blaue Zeug. Hier ist ein Zombie, den kann ich eigentlich mal holen. Ey, hier ist so viel Kram, ich weiß gar nicht, wie wir es halt abbauen sollen. Hier ist Gold, hier ist Gold, hier ist Gold. Was? Wobei Gold ist nicht so, oder? Oh, ich hab was gehört, ich hab was gehört. Achtung, Markus. Ja, ja, ich mach lieber. Wenn da irgendeiner auf dich schießt. Ich mach lieber so'n Weg neben uns. Mach lieber mal die Lara zu. Ich höre irgendwo was. Okay, ich komme gerade nicht dran, aber ich nehme mal die bei dir. Okay, die erste Pickaxe ist kaputt. Alter, wie lucky wir sind eigentlich, ne? Ups, Licht, Licht. Ich hab keine Fackeln mehr. Ich hab keine Fackeln mehr. Stan, hier, ich geb dir ein paar. Warte mal, Licht, Licht. Ich bin irgendwo runtergefallen. Oh no, wo bist du? Licht, Mann. Wo bist du? Ich hab schon Panik hier, ich bin irgendwo runtergefallen. Hier, ich fau ab. So. Danke, danke. Leute, ich glaub hier ist ein Dungeon. Ich hab komische Musik hier. Wie viel haben wir gefunden? Ey. Oh. Wie traurig das wär, wenn wir jetzt irgendwie alle... Ja, zu dritt können wir da sau viel abbauen. Ja. Richtig viel. Leute, hier ist Gold. Gold kann man auch nur mit Eisen abbauen, glaub ich. Warte, aber hier ist Lava in der Nähe. Du musst aufpassen. Lass uns schon mal ein bisschen Eimer bauen. Da vorne ist Wasser. Wir können den Eimer vorher machen, falls es Lava ist. Sollen wir hier einen Craft-In-Kabel bauen? Ja, bau bitte mal einen Eimer. Und dann Wasser füllen auch das Loch davor. Ich kann keinen Eimer bauen. Wir müssen das oben schmelzen. Muss man das schmelzen? So. Ach, deswegen hab ich keinen Diamonds, weil ich noch die ganzen anderen Achievements... Muss man das echt vorher schmelzen? Ja. Ja. Können wir nicht dann auch einen Ofen bauen? Und? Ja. Klar. Ich hab doch Koppelsträger. Was brauchen wir? Wir können doch hier einen Ofen bauen. Warum haben wir die nicht mitgenommen eigentlich? Okay, Moment. Hier ist viel Gold. Das ist ja nichts Besonderes. Okay, jetzt mach bitte nichts auf. Ich bin grad unten in diesem komischen Loch drin. Vor allen Dingen guckt immer noch Monster. Nicht, dass wir hier... Ich hab einen Ofen gebaut. Ich auch. Shit. Nicht smart. Egal. Egal. Ich kann mich hier unter Wasser... Unter... Ey, Bardo. Komm mal hier runter. Bis zum Erfolg, ja? Hier ist ganz viel Gold. Ich hab alles frei gebaut. Drum mal rum. Okay. Hier ist safe. Okay, warte ich mal noch so einen Weg runter. Ich baue eh von hier oben. So. Okay. Und der mach du schon mal einen Eimer. Ja, wie denn ich hab das Eisen nicht. Obwohl doch... Wir hatten das Eisen. Ich hab neun Eisen hier. Ich hab keine Kohle. Doch ich hab auch Kohle. Ich hab nix. Und... Füllt in Wasser. Das ist extrem wichtig. Weil einer mit dem Lava fängt. Muss ich den Iron Ore direkt... Lava, 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 lava. Corrupted. Was? Direkt den Iron Ore reinlegen, ne? Äh, wo denn? In den Ofen. Noch hab ich... Ja, muss einfach reinlegen, ja. Richtig. Okay, ist noch mehr Eis. Sonst bräuch ich mal. Ich mach immer so ne kleine Wand an die Seite. Ich geh immer bisschen zurück, wenn wir hier viel verpassen, als wir hier vorbeigelaufen sind. Mach mal zu mir. Ich hab ne Frage. Inhaltlich. Ja. Wie ist die Lava? Ich hab die weggedreckt. Geht das irgendwann weg? Warte, 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 warte. Nee. So, jetzt geht's weg. Wenn die Lava einmal über die Bögel sind, ist die weg. Okay. Du musst einfach den Fluss wegmachen, dann haut's nochmal ab. So. Dann mach ich hier noch ein Licht hin. Okay. Okay. Alter, die Folge ist so hoch. Okay. Gut, ey. Okay, vier Eisen sind da drin. Ich hab hier noch mehr Eisen. Alles Eis und Kohle mitnehmen, Leute. Eisen können wir nie genug haben. Ja. Und Kohle eigentlich auch nicht. Ja. Naja, irgendwann hat man genug Kohle, aber das dauert noch. Ich mach mal ein Eimer, ne? Ey, ich glaub wir haben genug Diamonds, um uns allen ne Diamantspitzhacke zu machen, oder? Könnte sein, oder? Eine reicht doch. Ich hab fünf. Lieber Diamantgerüstung und Schwerter oder so. Okay, wo ist das Wasser, wo du reingefallen bist, hier? Okay. Hier füll ich den Eimer mit Rechtsklick? Okay, ich hab nen Eimer voller Wasser. Ist schön. Ja gut, Wasser ist wichtig. Ist wichtig. Nimm lieber Lava mit, oder? Echt? Lava mitnehmen? Du weißt, was dann passiert. Aber pass mit der Lava auf, dass du die nicht... Das wird irgendwann passieren, Leute. Das weißt du. Der geht nicht. Dafür brauchst du ne Diamond Axt. Dafür brauchst du ne Diamond Axt für Obsidien. Das geht nicht anders. Aber mach doch. Der Axt macht doch eh nur Steine. Ach, wir können das nicht abbauen? Warte, so leicht ist das nicht. Das ist random. Wie kippe ich denn das Wasser aus? Rechtsklick. Mach den nicht. Okay, Moment. Doch. Ah! Ah! Jetzt muss er das Wasser wieder aufsammeln. Ah ja. Ah! So. Okay. Das ist Stein und nicht Obsidien, oder? Ne, das ist Obsidien. Ja. Können wir aber nicht abbauen, oder? Ne. Noch nicht. Macht ihr euch auch ne Eimer voller Wasser, oder wenigstens ne... Du kannst auch ne Rüstung machen, oder? Magst du da einfach mehr Eimer? Sorry. Ah, doch. Sorry. 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 Deswegen hab ich dir gesagt, mit dem... Lava Eimer. Pass mit dem Lava Eimer auf, Leute. Es tut mir leid. Du wärst tot wärst bei Eimer gewinnen. Wenn's ein Lava Eimer... Das wär dann untergangen. Ja, sammle das Ding auf. Du kannst nicht an... Leute, ich hab ihn noch nach wegen zu Redstone gebaut. Du musst im Source Block. Du musst im Wasser Source Block. Der ist da in der Mitte. Äh. Äh. Okay. Sorry. Sorry, Leute. Wardo, du hast Lava Eimer Verbot. Warte, ich bleib mir zu. Weil der ist wichtig, Mann. Wir sterben sonst. Leute, hier müssen wir abbauen. Da ist... Ich baue da schon ab. Hast du ne... Warte, ich nehm mal kurz ne Eisenspitzhacke. Alter... Redstone ist nicht so geil, ne? Doch. Brauchen wir eigentlich nicht so. Doch. Brauchen wir auch irgendwann so. Was? Hat irgendjemand Holz? Bardo! Du bist so ein Vogel. Nimm den scheiß Eimer hinweg. Ach, Alter. Bardo, du hast definitiv Lava Eimer verboten. Du bringst uns alle um. Oh, hat irgendjemand Holz? Ja, ich hab Holz. Okay, ich brauch zwei Sticks. Ist mir leid. Ist mir leid. Wie lange sind wir im Part drin überhaupt? Wir haben noch Zeit. Wir sind 15 Minuten. Okay, dann machen wir noch kurz ein bisschen weiter. Oh, crap. Wer schmeißt hier Eisen weg? Ich wurde weggeworfen, als wenn du was gebaut hab, der mich weggespült hat. Soll ich ne Eisenschaufel machen oder sowas? Was? Wie viel Holz brauchst du denn? Oh, ich bin zu doof. Ähm. Oh. Ich brauch Sticks. Okay, danke. Perfekt. Du brauchst noch Eisen? Ich hab noch einen. Sollen wir uns Rüstungen bauen, damit wir ein bisschen safer sind? Hier, Markus. Du baust jetzt Rüstungen und ich mein ein bisschen. Okay. Was brauchen wir denn noch? Schuhe? Eisen, Rüstung, Helm, alles. Alles, was Eisen Rüstung ist. Wir brauchen überhaupt noch Rüstungen, damit wir nicht sterben. Schuhe gebaut. Ach, wieso kacke aus damit, ey? Ich hör Fledermäuse. Alter, das hat sich so gelohnt, der letzte Part, ne? Ja, Alter. Das ist krass. Vor allem die Action mit dem Zauberer, die war doch... Wir brauchen noch einen Helm? Brauchen wir einen Helm? Oh, ja. Wir brauchen alle Eisenhelme, ne? Wir brauchen alle. Ja, aber was habt ihr denn gar nicht? Ach so. Ich hab nur Helm. Ich hab nur einen Helm. Ich hab keinen Körperpanzer. Okay. Mach du mir erstmal Körperpanzer, solange es dein weg ist. Kann ich dir einsammeln. Ja. Okay, ich brauch auch noch Körperpanzer. Ja, jetzt hast du den geschneit, Bader. Ich bin auch der Fighter. Du, der Fighter? Du bist fast verreckt. Ey, ich kann Wasser vielleicht nochmal rauskippen. Ich hab hier einen Eimer voller Wasser. Will jemand... Warte mal, nimm du mal die Goldhose und gib mir mal den Eisenpanzer. Ach so, übrigens. Was soll ich dir geben? Den Eisenpanzer. Bader, hier sind die Hosen. Bader, Hosen. Eisenpanzer. Danke. Kriege ich noch was anderes dafür als Ausgleich? Toll, die Hosen sind ja fast kaputt. Toller Tauschball. Die waren von Anfang an kaputt. Blutsbruderschaft. Eilte. Corrupted her auch. Bin ich nicht. Bader. Ich mein Bader. Mein Mann. Die Blutsbruderschaft ist wichtig. Ich hab einen Bogen. Ich brauch noch einen Bogen. Ich war übrigens kurz davor, als Markus vergiftet war, den zu hitten. Blutsbruderschaft, aber... Das wär lustig gewesen. Das wär lustig. Ich glaub, du wärst total verkackt bei ihm. Ja, schon. Wie viel Verlösung habt ihr jetzt? Ich hab zweieinhalb. Ich hab eineinhalb. Ich hab viereinhalb. Brauch mir mal Schuhe, bitte. Hier ist ne Hose. Bader, du hast doch schon Hosen. Ja, aber jetzt hab ich ne coolere Hose. Mach gleich noch Schuhe. Die Scheißhose kann weg. Hier. Soll ich mal einen Diamond Spitzhack bauen? Ja. Nee, lass mal jetzt. Oder? Doch, eine einzige. Sollen wir mit den Diamonds lieber... Na komm. Eine. Eine brauchen wir sowieso. Okay, ich hab eine. Ich hab auch noch zwei Diamonds. Haben wir hier ne Kiste zum Storn? Ich würd's lieber bei uns behalten erstmal. Okay, soll ich mit den Diamonds irgendwas machen? Mit der Diamond Spitzhack? Ich hab einen Diamond Spitzhack. Obsidian abbauen? Alter, wie krass das ist. Wie krass damit alles. Alter, ist okay. Nein, nicht verschwenden. Ja, okay. Nicht verschwenden. Halt aus lange. Wenn wir genug haben, bauen wir uns noch einen Diamantenrüstung und so weiter. Schwer zum Beispiel. Ein Eimer ist wichtig, mach dich mal einen Eimer. Ich hab Obsidian. Wie viele Obsidian brauchen wir für ein Portal? Ich glaub acht oder neun. Okay, baue ich mir bis was ab. Wollen wir für jedes und Pausen machen? Wir bauen bis was ab. Warte, brauchst du drei, 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 neun Stück groß. Okay. Man kann auch ein Paar-Portal bauen. Wasser. Oh, hat's voll nichts gemacht. Wasser. Du musst das an der Wand entlang, genau. Damit es fließt. Damit es fließt. Let it flow. Let it flow. Let it flow. Okay, würd ich sagen, machen wir erst mal einen Cut. Machen wir erst mal einen Cut. Hier bauen wir jetzt eh noch ein bisschen ab. Und würd ich sagen. Das war mal eine spannende Folge, ne? Erfolgreich Folge. Wir haben einen Zauberer gesehen. Erfolgreich auf jeden Fall. Leider hat Bardo und Corrupted die Challenge nicht machen müssen. So kurz davor. Kurz davor. So kurz davor. Vielleicht in der nächsten Folge. Wir sterben bald. Wir werden irgendwann sterben. Jetzt hängt es langsam an, dass die übermütig werden. Dann rip. Rip. Ja. Also wenn ein Zauberer uns schon so killt, wir werden ihm Netat so verkacken. Oh Gott. Da gibt's tausende Zauberer. Die spucken alle mit Scheiße. Die spucken mit Scheiße. Also im nächsten Part will ich, dass wir alle mindestens eine Eisenrüstung haben. Mindestens. Haben wir eigentlich jetzt schon. Okay. Und dann muß ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Okay. Bis dahin. Bye, bye, bye. But first, let me take a selfie. Wie geht's? Willkommen zu Dreadout. Wir sind bei Part 4 angelangt. Und seit dem letzten Part hab ich das Gefühl, dass das Spiel sehr krass werden wird. Und fuck ist der Sound gerade laut. Und bevor ich irgendwas laber, gehen wir erstmal in, äh scheiße, können wir nicht rein, oder? Ok, fuck, ich will eigentlich reinlaufen, aber anscheinend geht das gar nicht. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Gehst du hier rein? Ja, hier geht's rein. Gut, wir sind doch drin. Wir sind in der Irrenanstalt, wo wir...